so nachdem ich jetzt irgendwie von 20 wehrwölfen gezwergt wurde und dann endlich endlich kapiert habe dass man da einfach nur oben drauf schießen muss vielleicht klappt es jetzt habe ich den wohl verbuggt die kremlins so und dahinten kam jetzt irgendwie ein werwolf von hinten, ein werwolf von vorne und ich habe den hinteren wohl nicht so ganz bemerkt schauen so jetzt kommen sogar drei, ey wenn der mich haut, der skippt es doch nicht, du guckst irgendwo komplett anders dann nach hinten oh gott ich merke schon ich werde noch sehr viel spaß mit dem spiel haben wo hätte ich da mitfahren sollen ne ich bezweifle es doch ich hätte da mitfahren sollen fuck wo bin ich jetzt was zum stirb, 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 stirb hier so können die werwolfwellen jetzt vielleicht mal aufhören ja fahr vorbei ich glaube das ist so gedacht hier drauf springen dann hier und dann mitfahren ja und jetzt muss ich da drauf natürlich noch hunderte werwolf abwehren das wäre es ja kein oh oh ich glaube da hätte ich abspringen sollen scheiße puh ja wo kommen sie denn bloß ja wo kommen sie denn bloß es war halt so klar oh man es erinnert irgendwie an so ein altes ähm Quake oder Doom wo die waren auch alle na fuck jetzt hätte ich da abspringen sollen oder du hast doch keinen Plan wo du eigentlich abspringen sollst wir hätten ach Gott Tickfix den ganzen Scheiß wiedermachen natürlich noch mit 10 Werwölfen dran Aber hier können sie halt komischerweise nicht raus, oh, das war knapp. Stirb, stirb, stirb! Nicht meine Reichweite. Nein, 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 nein! So, diesmal aber. Jetzt kommen hier natürlich auch nochmal 10 Wehrwölfe Wer hätte es gedacht Man musste diese Überraschungsmomente einbauen Ja und der wird jetzt Gewehrwölft Irgendwie glaube ich langsam hier nicht, kann er sehen Es ist wirklich in jedem Spiel dasselbe Aber hier merkst du es halt extrem, weil du es schon so oft gesehen hast Dass du dich einfach dran erinnerst Ja, fahr mal damit runter Schauen Ach scheiße Man muss so ein Mist sein Du gehst 5 Meter, schon kommt der nächste Wehrwolf und der gankt mich jetzt wahrscheinlich auch noch Aha Der Typ hat die Tür nicht öffnen können Jetzt ist die Tür aber offen, weil ich sie geöffnet habe Aber habe ich nicht eigentlich hier das Gitter geöffnet Uh, so versteckt Ach die Steuerung Du gehst andauernd irgendwie quer Angriff der Wehrwölfe, 10 auf einmal Ich glaube den werf hier einfach Molli ins Mauer Oh Gott Explodier Hauptsache noch ein Molli geworfen Irgendwie sterbe ich ziemlich oft Oh, da kommt es mir nur so vor Aha, gegen menschliche Gegner Aber wenn ich so einen Wehrwolf, äh, einen Molli dran werfe und sein Fell brennt Das juckt, okay, der hat ja nicht mal ein Fell Sieht der eh aus wie so ein Gremlin oder so Ja Ja Natürlich Kommt ihr danach anstatt davor Äh, kam da Ja, da kam da Hinter mir ist halt noch einer Ach ne, ich glaube ich hing einfach nur hier an dem Stahlträger Probieren wir diesmal So viel zur Abkürzung Ich glaube das war doch keine so gute Idee Ich dachte ja der Stahlträger da trägt mich aber irgendwie Habe ich das wohl falsch eingeschätzt Ah, das erklärt wohl so einiges warum meine Maschinengewehre und Pistolen nicht so viel Schaden gegen die Gorgonen machen, äh, Gorgonen dampft nochmal Ja, ich springe halt einfach durch die Tür durch Die Türrahmen So, diesmal nehmen wir keine Abkürzung Ja, natürlich kommen da neue, das ist doch klar Man kann halt auch nicht einfach mal eine Minute Ruhe vor denen haben So, bloß durch hier So, diesmal nicht in die eine Ecke Der hat gerade eben das brennende Fass weggekickt Was zum Teufel Sollte eigentlich mitten neben ihm exkludieren Toten, 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 Toten Perfekt Perfekt Station holen Und weiter Ja, und was bricht da jetzt durch? Die Oberarmee der Wehrwölfe Das ganze natürlich nochmal Ah, wenn man voll ist, heilt das okay Gut Damit wäre die Frage wohl auch geklärt Das sieht halt irgendwie eins zu eins aus wie der Eingang, wo man reingekommen ist Äh, ist wahrscheinlich auch nur von dem Bus auf der anderen Seite Ja, da wo man vorher nicht durch konnte, oh Gott Springen ist schon schwer Ich glaube die meisten Gebiete brauche ich ja nicht mal durchsuchen, weil hier halt einfach eh nichts ist Ja, und damit öffne ich das Tor, damit irgendwie ziehen Wehrwölfe durch können Nicht mal Bitte zum Zombie, nein bitte nicht schade Warum können hier keine Zombies sein Äh, ja Aber das erinnert irgendwie so an Resident Evil Ist der verrückt? Ach ne Oh So ein richtiges altes Resident Evil Resident Evil 2, 3 oder ein 1er hätte ich echt mal wieder gern Die sollten das einfach ein Remake vom 2er machen in guter Grafik wie damals das 1er Remake Aber dasselbe Prinzip halt Aber Capcom wird sowas kaum noch machen, die sind ja viel zu sehr aufs Geld aus Von daher Ich wüsste gar nicht mehr ein gutes Spiel, was die jetzt in letzter Zeit rausgebracht haben Greats Dogma Das war's aber auch Der ist aber schnell verbrannt Perfekt, tötet euch alle Gegenseite Nein, geh weg Corona Die Feuerwehraxt ist, ähm, ich glaub die beste Waffe gegen die, weil Stirb, stirb, stirb da Der kippt so schnell um Wenn ich drauf schieße, brauche ich irgendwie so 30 40, 50 Kugeln So bleiben wir mal bei dir Das heißt ich muss wieder ihren Spawnpunkt hier irgendwie löschen Doch nicht auf mich verdammt nochmal Ach Gott Du gehst halt echt um die Ecke und bist schon fast instant tot Ich glaub der Greif und ich, wir werden noch gute Freunde Bis zum nächsten Mal Und dann